hallo ihr lieben ich habe seit tagen schon den impuls euch eine klangreise zu schenken und diesem impuls gehe ich jetzt nach ich habe eine mischung aufgelegt ich das immer tue wenn ich eine reise mache mit meinem gong mit den langschalen und ich habe die liebe aufgelegt weil darum geht es jetzt in dieser zeit die liebe ist das wichtigste jetzt das mitgefühl die liebe zu sich selbst und auch diese zeit die wir jetzt haben zu nutzen ganz in uns mit uns nicht nur das haus zu putzen und unerledigte dinge zu tun sondern in uns zu gehen das war das was sie mir schon ganz zu anfang gesagt haben es ist eigentlich so schlimmes tön für viele für die die nicht wissen wie ihre miete bezahlen und ja aber es geht um die liebe und es geht um diesen frieden der dahinter steht hinter diesem ganzen dieser ganzen unruhe und ich hoffe ich kann euch ein bisschen von diesem frieden mit geben dann fange ich jetzt mal an viel spaß ich freue mich aber sehr schnell ich bitte Untertitelung des ZDF, 2020 So verbinde dich mit diesem kleinen, mit diesem erdigen Ton und mit dem glücklichen Gedanken. Lass es fliessen, dass sie fliessen durch deine Füße, durch deine Beine, durch deinen Bauch. Durch deine Anfällige Ängste. Dann fühlst du, wo er mit sich zieht. Dann fühlst du dein Herz hinein. Dann fühlst du dein Herz. Dann fühlst du dein Herz. Fühle, wie sich deine Ängste, welche da sind, Befürchtungen. Du kannst auch auflösen, in diesem Frieden, der in deinem Herzen herrscht. und jetzt ist dir weise, wir sind dir auch wundervolles. So viele Leben ist es mit dir schon gereist. Die Reise geht weiter. Dann ein Haus. Zum Kronenchakra hinaus, zum glücklichen Gedankenfeld, das wiederum seine Energie sofort zu dir sendet. Dich aufräte mit allem, was du brauchst. So bist du im Fluss von der Erde und dem glücklichen Gedankenfeld. Du führst diese Energie. Du führst dich durch, hindurch fließen, sich treffen, wenn dein Herz eine Acht wird. Und so rufe alle Anteile zurück, die du ausgeliehen hast in irgendwelchen Gesprächen, und wenn du umarmt hast, ihm die Hand gegeben hast, bewusst oder unbewusst, und wenn du jemand getröstet hast. Rufe sie zurück, geklärt und gereinigt, nehmen sie ihren Platz ein. Alle diese Anteile, die nicht die deinen sind, gehen zurück zu denen, wo sie herkommen. Auch die werden geklärt und gereinigt. Die geistige Welt erklärt immer wieder, wie wichtig genau diese kurze Götigung ist. Sie erklärt es immer mit diesen Worten. Du bist ein Tropfen im Meer. Und das Meer sind ganz viele Tropfen, so bist du das Meer. Du bist verbunden mit allem, was ist, und doch einzigartig. Und diese Einzigartigkeit geht es im Moment, auch wenn es um das Gemeinsame geht. Es ist sehr wichtig, dieses Einzigartige in dir reinzuhalten. Es ist wichtig, deine Anteile bei dir zu haben, immer wieder. Obwohl du sie teilst, um dein Gegenüber geklärt und gereinigt zurückzuholen. Denn nur ein klarer Tropfen kann auch ein klares Meer ergeben. Und je klarer du bist, desto klar kann auch das Meer um dich herum sein. Und wenn ein jeder Sohn diese kosmetiklicherer sich selbst, diese Hygienik, so wird das Meer und das Meer immer klarer. Inzwischen ist es notwendig und wichtig, dass wir uns verbinden. In diesem Ausgleich von Verbindung sich zurückziehen. Und von uns einbinden in den Anderen. 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 Du siehst es. Vielleicht bist du auf einer Klippe. Und schaust hinunter. Vielleicht bist du direkt am Strand. Und du siehst diese wundervollen Farben. Die Sonne, die sich spiegelt. Die das Wasser glitzt und misst. Und aufein mit deinem ganzen Sein. Und diese Fülle, die in deinem Herd geschickt. Jetzt aufein deine ganzen Sein. Und alle anderen Sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den einen, den einen Zug haben möchte. Wir sind bei dir. Immer in so jeder Zeit. Und so ist es. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Auf ein anderes Mal. Bis bald von Herz zu Herz.